Hey, ich bin WartigX, freundlich, wie ich sie eingeschaltet habe. Willkommen zurück zu Kanga, Kanga, Tanga, mit dem, ja genau, mit dem Warrior Cowboy, wir sind in Peking, wir sind, äh, jetzt werden wir mal Verscherbe und dann schauen wir mal, wie das jetzt mit dem Basenbau ist, der ist angeblich umsonst, genau, den wollten wir ausprobieren, so, ich hoffe, es geht jetzt auch wieder alles. Wir können uns doch gleich mal das Gebäude hier von außen angucken, weil es ist äußerst kurios. Ja, das ist das, was ich gemeint habe, das ist pervers. Das war ich. Ach so, wir haben ja gerade mal Medium, Bandage, Little, okay, Pequille, Bexel, die haben jetzt verkauft, das ist auch nirgends. Ich frage mich, habt ihr dann hier auch Fahrzeuge? Verkaufen? Ne, äh, Automobile nicht, also vielleicht kann man irgendwie runter und da ist dann der Parkplatz, aber hier oben ging's nicht. Ja, hier sind riesige Länder. Hitze. Auch nicht schlecht. Aber jetzt zieh ich dich nicht mehr auf der Karte, warum? Ich bin im, im Gebäude. Ich frage mich auch, was hier in diesen, wo du nicht hingehen darfst, Arealen ist. Welche, wo du nicht hin, äh... Restricted Area. Wo haben wir die denn? Warte, ich hol dich, dann können wir zusammen proben. Ähm... Das hier ist, glaube ich, auch nicht so gewollt. Was? Ja, hier ist noch ein Baufehler in der Ruhle. So, ich bin im Hauptgang. Du bist im Hauptgang, okay. Ach, da hinten. Andere Seite, ja. Ja, ja. Jetzt versuchen wir uns nochmal einzuladen, hätte ich gesagt. Ja. Hey, du stehst bei mir in der Luft. Oh ja, cool. Jetzt nicht mehr. So, jetzt geht's, okay. Aha, schon hier, warte. Wie... Wo war das? Hier, genau. Hier ist ja noch alles erlaubt, genau. Und hier unten ist dann... Da dürfen wir nicht. Deadly Force ist aufgereist. Oh, hier oder was? Ja. Hier war ich aber schon mal drinnen. Okay. So, halt nicht hier, jetzt in dem hier natürlich, aber... Ich hab ja auch nichts gesehen, was dir Deadly Force bringen kann. Police Department Case File. Hm. Vor allem, ich könnte es ja auch hier reinklettern von der Lobby da oben. Hm. Mal reingucken einfach, also... Stimmt, ja. Also, ja. Das erschließt sich mir jetzt auch nicht. Zir... Mini-Büro. Ich kann das aufmachen, ja. Ja, irgendwie... Nicht so wirklich was war. Hm. Nö. Nach irgendwie... Vielleicht kommt da natürlich noch irgendwas. Na gut, das kann natürlich sein. Das ist... Hübsch nach Überwachungszeug aus. Ja. Hä? Vielleicht kann man die ja irgendwo einnehmen oder so. Äh... Guck mal. Die City hab ich aber nirgendwo gesehen, ne? Ist vielleicht ein altes Bild, keine Ahnung. Siebenhundert Jahre alt, oder was? Wer weiß. Ich hab irgendwelchen Festplatten gespeichert gewesen. Naja, gut, stimmt. Gut. Ja, dann... Schau mal mal, vielleicht gibt's hier ne Parking Area außen, wenn nicht. Achso, die... Das Schiff kostet wie viel? Fünf tausend. Okay, das hätt ich jetzt. Ja, dann hol dir das mal vorsichtshalber. So. Weil wir sind hier in luftigen Höhen. Mhm, sehr luftigen Höhen. Ich glaub, das sollte auch... Ich glaub, das sollte auch... Ich glaub, das sollte auch... Oder soll auch so ne Art Lande... Erhöhter Lande-Stat... Ne? Startpunkt sein. Ja. Oder die Station, die da... Wo wir letztens rumgebackt sind. Ja. So ist die hier gleich in der... Ne, das nicht, aber... Du siehst, ein Tick weiter weg, glaub ich. Eigentlich wie viel. Viertausend Kilometer. Buh. Fünftausend fast. Ein Schnabber. So. Nice. Wollen wir noch schauen, ob wir runterkommen? Ob das... Ob hier so ein Fahrstuhl ist? Weil hier steht nämlich Parking Area. Du kannst ja da runter. Ich nehm die Abgötzung. Bin gespannt. Oder soll ich vorsichtshalber ein Flugzeug mit runternehmen? Ich glaub, wir besser, oder? Weil... Okay, hier ist eine. Aber... Das bringt ja nix. Die ist ja... Ja. Ja. Hier schwebt noch ein bisschen was. Ja, ist so. Okay. Das ist nur auf den Turm gesetzt, praktisch, die normale Station. Ja. Ja, ja. Ja, gut. Aber diese Landeflächen sehen schon ein bisschen anders aus. Ja, oben haben sie was gemacht. Aber wenn du runterfährst, hast du wie bei Djibouti... Das Parkdeck... Das Parkdeck... Nur das da... Ja. Ja. Ich lass mich einfach gleich runterfallen, um Energie zu sparen. Und dann halt ein bisschen mit deinem Mauskant kriegst und halt gesteuert, sag ich mal. Also, man sieht, es ist hier... Das ist ein Turm. Halleluja. Können wir mal gucken, ob unten irgendwas gibt. Teleporter oder sowas. Ja, aber Map hab ich jetzt nichts gesehen. Achso, irgendwas mal nach oben kommen, meinst du? Ja, ja. Hm, ja. Hm, ja. Kommst du gerade runter? Nö. Okay. 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 Nee, der kann... Der kann keine Worte mit dem haben. Okay. 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 Was? Ja. Ja. Ja, dann landen wir mal und gucken wir mal, weil hier ist ja nicht mal eine Safe-Zone. Ja. Ob eigentlich mal bauen können wir immer nicht. Ja. 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 Das ist vielleicht nicht unbedingt. Äh. Nein. Ja. Mhm. Ja. Super gelandet. Ja. Ja, irgendwie, das mit dem Drehen ist ein bisschen komisch, ne? Ja, aber hier geht es jetzt so gerade, wo ich bin. Anne dreht sich jetzt gerade nicht. So, Muster, oder? Wie war das? B, auf jeden Fall. B und dann... Caps, look, ist der B, genau. Denn braucht es... B? Ja, ich auch. Okay. Okay. Was ist jetzt passiert? Wir sind rausgeflogen, warum auch immer. Der 1er ist gerade nicht online, so wie es aussieht. Aber ich glaube, irgendwie ist... Es scheint ja jetzt hoch. Da ist er wieder. Okay, sehr entschieden. Ich glaube, so langsam ist es möglich, da selber Server zu machen. Weiß ich nicht. Nee, weiß ich nicht. Ich habe da nichts gefunden. Ja. Genie YouTube. Ja, wer weiß ich. Also... Oh, scheint schon zu gehen. Bringt halt nur irgendwie nichts. Ne, Server 1 ist abgeschmiert. Ich bin wieder drauf. Jetzt müsste wieder online sein. Hä? Aber ich sehe dich nicht. Oder bin ich auf dem falschen gelandet? Ja, ich bin... Official... Ja, nee. Ist wieder da. Stimmt. Und du musst aufpassen, hier kommen... ...sind schon Viecher da. Yeah. Ah, jetzt bist du auch da. Schwombis? So eine kleine... Nee, du bist da mit dem Flugzeug. Nee, ich meine die Viecher. Ja, die Kleinen ist ja... Ah ja, die Kleinen. Okay. Oh, noch mehr. Ja, die Viecher. Wo? Wir decken aber gut gerade. Die Viecher. Mhm. Ja. Zugriff sind sie nur hinter dir her. Ja, super. Okay. Caps? So, wir wollen... Post Builder? Weiß ich nicht. Das ist Post Builder. Ja, ja. Post Builder. Also B und dann N. Ist das E? Hier ist auch Builder. Ah, nee, das haben sie automatisiert. Hm. Schubt-Item-Kopi... Nee, du... Ah, das ist die Grund... ...Plattform praktisch, ne? Genau, daran kannst du dann aufbauen. Yeah, Savings Builder is not guaranteed, ja. Okay, das... Das wissen wir. Kann ich da auch einfach anbauen? So... Kannst du mit dranbauen? So, würde ich gerade... Würde ich gerade gucken. Nein. Das ist schlecht. Kann ich nicht. Sowohl wir ein... Nein, sind wir ja nicht mehr, oder? Ach so, stimmt. Ja, das macht Sinn, ne? Wo ist dein cooler Hut hin? Ich kann schon wieder nicht akzeptieren, mein Gott. Oh. Ja, so'n paar... Kinderkrankheiten hat's noch. Ja. Eins von unseren Schiffen bohrbelt auch. Ach so? Irgendwelches. Es klankt. Nee, das bist du, der dich anbaut. Ohne Schiffe, das haben sie gerade schon scheinbar gut hingekriegt. Die sind stabil gerade auf dem Boden. Hä? Bei mir wobbelt's. Bei mir gar nicht. Oh ja. Ach, diese Swaglings. Hm, das da wobbelt. Aber gut, ich bin gleich wieder da. Jo. Was gibt's hier noch? Walls? Wie dreht man? Mit dem Hausrott. Das ist echt? Irgendwie. So, da sind wir wieder. Äh, das ist ein Schiff. So. Lade mich mal ein. Äh, warte. Ja, jetzt geht's. Okay. Sehr gut. Jetzt wollten wir gucken. Ich gehe gar nicht, ich doch. Ja, jetzt kann ich ansetzen. Uh, sehr gut. Wall window. Wall window. Und wenn du durch, dass ich durchlaufen kann. Uh-huh. Da fehlt das Window, oder? Ja, da fehlt das Window. Das ist eine Tür. Ja. Gibt's denn noch so viel Sachen? Gibt's denn noch so viel Sachen? Ah, PC ist da. Ist der? Okay, ja. Eine Station gibt's auch. Okay, jetzt kann man mal reingehen. Super. Moment. Ach so, was ich sag mal. Jetzt ist besser. Jetzt sieht man, wo ich was. Hm. Das Licht, also Licht ist auch, wenn man auch aussah. Aber Licht können wir auch dann setzen, glaube ich. Gibt's auch welche. Okay, hast du es was? Ja, stimmt. Hör mal kurz. Ich gehe mal raus. Kann man hier irgendwie damit integrieren? Oder ist das ein Energiefenster oder sowas? Hm. Gutes sagen. Oder. Da muss man noch was einsetzen. Die ist. Come on. Nein. No, nein. Fenster gibt's nicht. Richtige Scheibe, aber naja. Aber es gibt im Storage. Ja, da ist natürlich die Frage. Wie sieht der aus? Was kann der? Ach so, der sieht so aus. Den hätte man also auch an die Wand stellen können. Mhm. Also da ist... Das ist natürlich blöd, dass man es nicht sieht. Ja, du hast es zur Beine gesetzt. Okay. Ja, ich wollte nur mal gucken. Äh, warte mal. Ich kann eh wie oben. Ja. Und sie stehen in der Luft. Mhm. Wow. Was ist das so? Uh. Necker, Skrabbeln. Äh, okay. Ja, gut. So eine Straßenlaterne brauchen wir nicht. Äh, sie sind... Ja, genau. Unter dir. Ja. Die wollen nur dich. Okay, so gut. Ja, klar. Ja, mach hier mal Rott. Ja, ich... Ich arbeite dran. Ich weiß gar nicht, ob die uns zerstört ist. Ist eine gute Frage. Kann man ja dann noch austesten. So, dann war hier, ja, die... Tor... Ah, die kann ich jetzt einsetzen. Ach, oh. Eine klassische. Weil da sind viele hier auch... ...und hier noch ein Pfeil rum. Wow. So. Wir nehmen das nochmal. Hm. Aber Fenster sieht jetzt nicht so aus, ne? Ne, Scheiben sind noch nicht drin zu haben. Oh, was ist das hier? Ne. Das sind auch nur Wände, nehm ich mal an. Oh. Ja. Ja, ja, ja. Ups. Okay. Okay. Vor der Nase. Ja, so richtig weiß ich halt auch nicht, was man da so... Ja, bist ja nicht viel auf jeden Fall. Ja, und was es nützt. Also. Na, du kannst zum Beispiel die Station hier anmachen. Mach mal irgendwie ein Weg ein Stück weiter weg von... Ich seh schon, ja, ich seh schon, ich seh schon. Ja, schon wieder was. Ja. Ja, ja, die biegeln draußen rum. Das ist so... Okay, das kann ich nicht einfach da. Ja, das muss doch auf die Grundplatte kommen. Ja, ja, ich weiß nicht was. Ich wollte nur das Vieh wegmachen. So ein bisschen... ...genär. Ah. Ah. Oh. So, das mit dem Bauen ist noch sehr hakelig. Ja, da müssen sie auch noch einiges reinbringen. Richtige Fenster, sag ich mal. Ja, und auch ein bisschen mehr nutzen oder so. Also, was mich halt allgemein... Na, gut, gerade kommen kannst du schon nutzen, ne? Was... Ja... Ja... Aber... Hm. Und dann? Ja, darauf kannst du halt deine Schiffe auftanken. So. So. Was fliegt denn da hinten? Und so ein Beinchen und so ein Mist. Also, das muss echt auf die... Okay. Dann... Machen wir das jetzt. Die Beinchen. Schauen wir mal, ob es jetzt geht. Ja, haben wir uns jetzt die Fische. Ja, halleluja. Oh. Ah. Das wollte ich jetzt nicht. Ja, voll. Das ist genug. Auch wieder Fischern gelockt, oder ist das? Fischern gelockt, oder ist das? Die kommen ganz alleine. Ne, hier die Plattformen sind unruh. Ach so, ja. Das ist blöd, dass man die nicht irgendwie anbatschen kann, sag ich mal. Mir fehlt da so ein bisschen der... An Schwerkraftausrichten-Modus. Aus anderen Spielen. Weil das... Snappt da heran. Mischerweise. Ja, ja. Nur die Wände, ne? Und die Grön. Aber hier nicht. Also... Ja, das macht dann... Ist ein bisschen... Müssen sie noch ein bisschen mehr ausarbeiten. Das stimmt für mich. Ja, vor allen Dingen... Also so... So... Okay, du kannst... Ich muss hier ein Quest machen. Ja, okay. Aber... So, mir fehlt das... Der Sinn und der Zweck. Ja, bisher... Ist da noch nicht für Sinn und Zweck bei beim Bauern. Aber vielleicht kommt er noch. Das weiß ich nicht. Also... Dass du eine richtige Basis aufbauen kannst. Oder große Schiffe lagern kannst. Und so weiter. Sachen einlagern kannst. Und vielleicht noch andere Sachen denn machen kannst. Mhm. Aber... Bisher ist da leider nicht da. Ich meine... Klar, ich glaube das... Wir werden das jetzt immer im Auge halten. Aber... Ja. Content-mäßig ist... Ist halt dann auch mal erschöpft. Jetzt derweil. Bisher... Ja, das Einzige ist halt noch vielleicht die... Äh... Das andere Schiff vorstellen oder sowas, aber... Ja, gut. Das große... Das muss man dann erstmal farmen. Mhm. Ich glaube nicht, dass das jetzt so spannend ist... Ist dabei zuzugucken. So, hier ist die Plattform. Und da sagst du, kann man tanken oder was? Nicht hier. Nein, hier kann ich nichts mehr anfangen. Das ist... Da kannst du auftanken, ja. Demn Sharon noch mal. Okay. Da. Oh ja. Da. Okay Uiuiui Dann füllen wir gleich mal wieder runter Unser Bespekt kalt oder was? Nö, ich hab nur noch 280 Volt überleihen Na gut Mein Clubs beim Aetna und so war halt ein bisschen was zum angucken Aber ich weiß nicht was gibt's noch für so Points of Interesse Weiß ich nicht was ist das hier denn zur Hölle? Ich hör sie schon wieder Ja auch wirklich da ok Da ist ne verlassene Stadt Starkit Ne Starkitown Das wär natürlich interessant Das hab ich beim letzten Mal nicht gesehen Mein Gott Ich kann aufziehen dich Oh Wefueling Station Australia Hä? Kriegen sie dich nicht? Ne, kann Lichter auf Lichter bauen Oh Ja das ist gut Oder so Und die Map ist noch saufragelig Ja Also da irgendwo mal hinzoomen oder Da gibt's anscheinend eh nicht viel Ja Noch nicht Leider Können wir teilweise wirklich nur abwarten was noch kommt ne? Ich mein die Verlassene City Die würde ich mir schon mal gern angucken Das klingt eigentlich ganz Ganz interessant Ist halt auf der anderen Seite der Erde ne? Welche verlassene City? Die ist in Brasilien Die Lichter sind der Hammer Doppelbeleuchtung Wieso nicht? Wieso nicht? Okay Starkitowne Wie hab den da raus? Ja Okay Die gehen kaputt Das ist cool Guck mal Auf die schießt Er macht mal ne Lichter kaputt Nooo Ich kann nochmal Warte ich tank meinen nochmal hier auf Ja Ja Mit meiner Webefreund Weil Dann können wir richtig mal Schuss Ja So Ei Ei Geh mal vorsichtshalber weit weg Am besten setzt du dich In einem Flugzeug Und fliegst es mal hoch Lagerst es ein oder so Warum? Nein Beim ersten Mal wo ich Raketen geschossen habe bist du gestorben Achso Ne ich könnte ja mal Zumindest mal wegfliegen ne? Stimmt Du kannst auch draufschießen So So Diese hakelige Steuerung manchmal Ja Also es ist aber nur auf dem Planeten so ne? Ja Ja Auf dem Weltall ist auch was Ah Aktivier mal den Den Schwerkraft Assistenten Hab ich Dann geht's schon besser Ja hab ich doch Achso Hab ich nichts gesagt Ja Schieß mal drauf da Oder? Gucken was passiert Yeah Oh guck Das fällt super hoch Hat ja eh nix Der Lichter nicht so leuchtig scheinbar kaputt gehen ne? Das ist immer noch gleich mit der Stimme Wär tatsächlich Ich denke das mit dem Lichtern ist eh cool eigentlich Gut Erfasst der nicht? Erfasst der nicht? Kommt nach einer Weile wieder siehst du das? Die tauchen irgendwie auf Was? Cool Ja das stimmt Hm Sehr wecklich Nils Dann flieg ich nochmal hoch Was passiert hier? Ähm Ich hätt gesagt Äh Wir machen das in der nächsten Folge da rüberfliegen Ja können wir machen Mal Ja Dann hochfliegen würde ich trotzdem Wirst du Oben auslaufen? Ja Vorsicht selber Du weißt Wenn die Flugzeuge plötzlich diesmal weißt wenn wir gestaltet würden Dass sowas Nimm Hm Nein Weiß ich doch Die ist eh nicht so hergekommen Äh siehst du die? Wo denn? Ich hör mal den bisschen aber Huh Die hat ich gekauft Ja beim Einparken ist sie wieder weg Miss Missle mich mal Na ich würd's gern mal hören Oh Oh Hä? Äh Wartet mal Ja genau machen wir nochmal Hä Eher Oh Schließt du gerne vorbei? Toff Jetzt getroffen Jaja Meine Flares Enttäuschkörper Äh ist noch nicht aufgeladen Aber Warte mal Muss man Jetzt kannst du Scheiße Das war zu Ja ich hab zu Scheiße Okay Sind noch ohne Wirkung scheinbar Ne Es ging eben gerade Nur ich muss mich dabei bewegen Und ich darf sie erst abschießen Wenn du die Rakete abgeschossen hast Ja Sonst geht's nicht Okay Also diese Diese Station Finde ich Cool Ja Wenn sie verbunden wären mit dem Boden Ja Ja Aber der Ansatz Den finde ich schon mal gut Ja Super Ist das überhaupt meiner jetzt gewesen? Ja Ich bin in meinem Ist eigentlich auch egal Die müssen wir vermutlich nachher eh gleich spawnen Ja stimmt Ja 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 Ich hab noch was im Inventar Das will ich erst ausräumen Danach Ich kann auch noch beschießen wenn du willst Also Wir können sogar Also es ist sogar Äh Friendly Fire Ja 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 Haben wir schon beim letzten Mal ausprobiert Ja stimmt Da hast du mir ins Bein geschossen Hm Aber hier drin zum Beispiel kann man nicht Ja auch kannst du auch Ne Ja schießen schon Aber die NPCs gehen nicht Man kann hier nicht am Auflauf spielen Was war das? Ich hatte Nur ein Schuss oder was? Ja du hast mir eine komplette Salbe ins Gesicht geballert Oh oh Na gut aber dein Zeug liegt ja hier noch Ja Ja Oh Scheiße das mit dem Spawnpunkt ging doch nicht Das wäre jetzt der Hammer gewesen Fuuu Nein Und drück mal F8 übrigens F8? Ja Oh Kino Modus Mehr sah ich dazu nicht Das ist natürlich nicht Die NPCs Äh deine Brüsse Ich hab Brüsse Get Poliso Ich hab Menti sie weggehauen Wie ging das? Ich hab keine Ahnung Der rote der hier war Achso mein Zeug Der hat uns fallen lassen Was hat denn der fallen lassen? Keine Ahnung Pole Und ich wird jetzt gewarnted In gewarnted Von der Polizei Warum kannst du die umliegen? Jetzt zeig das doch nicht an Hau mal richtig weg Hau Hast du jetzt auch das wanted? Get police wanted Ja Oh Ja gut Ich sollte dir vielleicht nicht ins Feuer reinhennen Aber ich hab Kohle dafür Was? Dass ich mich umgebracht habe Ja wahrscheinlich meine Ja Ups Wer schießt denn jetzt? Wer schießt denn jetzt? Weißt du das? Ja Sind da draußen vielleicht Bullen? Sind die draußen? Achso Ich will mir die Mann gucken Oh ja guck mal Da sind Drogen Ja Die mögen mich nicht Aber Einer ist hin Ja meine ist auch schon hin Warte Oh Geld 26 Das lohnt sich also nicht so gut Dann kommt er auf die Stücke Ja Wegfarmen Wir haben Guck mal wir haben auch nicht viele Köpfe Wir kriegen Oh ja Äh 2 3 2 3 3 Ah 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 6 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 7 7 8 8 8 9 9 10 8 10 9 10 10 10 10 12 11 12 12 12 12 13 14 14 14 15 15 14 15 15 15 Gibt's Kopfkämpf? Gibt's Kopfkämpf? Jo. Jo. Na 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 ja. Gibt's vielleicht immer noch. Die mögen nicht halt. Ja gut. War ja gut zu wissen, ne? Mhm. Das wirken genau auf der anderen Seite, glaub ich. Nee, komm mal. Ich guck mal, komm mal. Ja. Super. Was spannen die denn jetzt? Die Tau, wo die verteilen, wo die gestorben hast. Was sind die denn? Jo. Ja. Hm. Ja, da muss ich das. Ähm, würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Wir sehen uns auf. Tschau. Bis zum nächsten Mal. Tschau. Tschau.